Hallo meine lieben Freunde, ich habe ja letztes Mal euch, als die meisten zugeschaut haben, schon ein kleines Problem gezeigt hinten, meine Bäume, also nicht meine Bäume, aber die Bäume und die Maps, also meine Let's Play Map hier, weil ja, es ist einfach mega nervig. Für mich halt und für euch die, die zuschauen, gut, die meisten haben jetzt vermutlich nicht alle folgenden geschaut, aber ja, ihr könnt meinen Kanal abonnieren und schauen was ich für Videos gemacht habe und alles. Ich weiss, ich lade nicht jeden Tag so viele Videos drauf, es ist halt so und ich bin mein WG-Partner, hat das eine Willenteile und das Problem ist halt, ja, dass, ich weiss, ich habe nicht so viele Videos wie er, aber meine Arten sind irgendwie besser. Und das Problem ist halt, weil wir beide halt unsere Videos raufladen, ja, dann brauche ich mir länger. Und deswegen habe ich immer so, ich schaue immer so, weil ich Zeit habe und wenn es gut geht, leute ich mir Videos auf und ja, es ist halt unterschiedlich. Aber ja, jetzt werden wir hier mal noch, jetzt werde ich mit euch noch hier noch ein paar Sachen machen, so wie jetzt hier die, dass wir das Feld noch kurz fertig machen. dann werde ich auch die Pferdspritze schnell holen. Äh, jetzt werde ich auch schnell nachschauen, wie toll ist der. Äh, komm, kaufen wir uns diesen Spaß hier. Also hier hinten ist noch eine Tagestelle. Dann gehen wir aber noch kurz die Tagestelle besuchen. Ja und die meisten haben vielleicht schon irgendwas, das letzte Video noch angeschaut, wie ich gesagt habe, habe ich für mein Ding angegeben. Ich habe ja jetzt so gemacht, dass ich meine Videos länger probiere und dann ja, ich habe jetzt das vorige Video noch gemacht, das mit den Problemen, ja und ich habe ja schon gesagt beim letzten Video, ich werde noch eine Microsoft-Folge probieren, recht lange, ja und äh, ja und jetzt, ich habe jetzt einen Cheat angegeben, also mein Telefon, mein Handy nochmal reingegeben, da habe ich einen Code gekriegt und den habe ich jetzt angegeben, da kann ich jetzt längere Videos reinpacken, also jetzt gehen sie nicht mehr, wenn es gut geht, nicht mehr 15 Minuten, so unterschiedlich, ja, das ist so meistens, ja vielleicht auch meistens 18, also irgendwas mehr als 15 Minuten. kann ich jetzt auch mit euch ein bisschen länger quatschen, weil ich mir so mit alles, ja mehr als auch nichts mehr Sachen zeigen, auf die irgendwie diese 15 Minuten sind auch glaube ich so ein bisschen zu kurz. Und ja, wir schauen. Ich würde dann mal andere Spiele machen, ich würde dann vielleicht irgendwann auch noch mal ein kleines Video noch kurz machen, über YouTube selbst, also was ich denke davon und so sagen. Dann würde ich vielleicht euch noch ein paar Sachen, ich werde jetzt nicht hier die ganzen Geschichten erzählen und alles von YouTube, das müsst ihr selber lesen und so. Also was ich finde, was für uns als YouTube gut ist. Ich weiss nicht ob wir es heute noch machen oder so. Ich schaue mal. Ihr werdet es ja dann gerne auf meinem Kanal finden, ja. Vielleicht ist das YouTube Video, also wenn ich jetzt da wieder ein paar Sachen erzähle und so. Also ein paar, ich will jetzt nicht alles verraten, aber vielleicht ist das Video vor Ort und oben vor, dass das Video da oben ist. Vielleicht denke ich schon. Ja. Ja. Ich denke, vermeintlich ist das Video, das YouTube wieder schneller da oben und so. Und auch vermeintlich das MyCraft Video. Das werde ich vermeintlich jetzt schneller da oben behalten und so Sachen. Das wird alles vermeintlich vor, dass das wieder da oben ist, noch da oben sein. Vielleicht. Ich weiss nicht so genau. Ja. Ich werde ja schauen, was ich alles hinkriege. Oh. Ja. Mal mit diesem Typen. Wir schauen, was er spielt dann. Das ist jetzt eine Spritze. Ah ja, stimmt. Ja, ja. Das ist jetzt fast das Gegengewicht sozusagen. Für einen kleinen Traktor mit schwächerem Antlitz. Ja, sozusagen. S Stock da oben. Nee. Ja. 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 die 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 Vielen Dank. Schauen wir mal, ich weiss nicht. Schauen wir mal, was passiert. Ich muss sagen, ich liebe eigentlich das Landwirtschaftssimulator. Seit 2008 habe ich hier das Spiel des LS. Das Landwirtschaftssimulator 2008, das Landwirtschaftssimulator 2009, das 11, das 13, das 14 auf der PS Vita und das 15 natürlich jetzt. Das LS 13 für die PS3 habe ich mal, ja, habe ich auch schon gehabt. Aber das habe ich immer verkauft, wenn ich das LS 15 auf der PS3, äh nicht auf der PS3, Entschuldigung, auf dem PC wollte haben. Dann habe ich es halt verkauft, jetzt werde ich es eventuell eh nochmal, ich bin noch ein, ja, ich habe jetzt etwas Falsches gemacht. Ja, das kann ich eigentlich noch zahlen. Ja, habe ich da etwas vergessen? Nein, doch. Ja, scheiße. Ja, ist ja geil. Nicht so schlimm. Ja, habe ich jetzt, äh, habe ich natürlich, äh, gehabt einmal. Ja, es hat jetzt nicht so gelaufen, wie ich gedacht habe, aber, ja, ich werde dann das vielleicht das 13 nochmal holen. Ich habe es eigentlich zwei mal vorgehabt, weil, ja, weiss ja nie, vielleicht spiele ich es ja noch. Ich wollte eigentlich mal noch alles über meinen Langwirtschaftssimulator erzählen, mit diesen Videos. Also, ich wollte mal alles erzählen und, ja, jetzt habe ich erfreut, dass ich das, äh, das gehabt habe, wo das rausgekommen hat, Ja, da habe ich sie bestellt. Einmal habe ich an der Terrafiliale angerufen, wo ich es bestellt habe. Dann habe ich gefragt, ja, sollt ihr eigentlich kommen? Wieso ist es nicht gekommen? Er sagt, ich habe es ja nicht angeschaut und so, ich habe jetzt etwas ganz lieb gefragt, ob, äh, dass das Landwirtschaftssimulator nicht gekommen ist. Das ist ja doof, wenn man jetzt anschaut und sagt, ja, wieso ist das mal entgebenlich hier nicht gekommen? Und, ja, so sagen. So, wenn man jetzt bei einer Filiale anruft, sollte man nicht schreien, sondern auch lieb fragen halt. Ich meine, es wäre ja idiotisch, wenn man um ihn anschaut und dann sagt sie, hey, sie, so läuft das nicht. Das wisst ihr, habt ihr eigentlich gern. Also, deswegen habe ich nachgefragt, wenn das Game rauskommt. Da habe ich sie gemeint, ja, in ein paar Wochen, ja, äh, es ist noch nicht draussen. Ja, da war ich auf der Website, wenn wir nachschauen, dann habe ich es gestimmt. Ja, war schon ein bisschen blöd, aber, ich meine, gut, das kann jedem mal passieren. Halt, oder, ja, da habe ich gar schon Probleme, gar mit einem Film. Habe einen Film erstellt und dann habe ich mir einen ausgerechnet und dann sollte kommen. Dann ist er nicht gekommen. Habe angerufen und gefragt, wieso, dass mein Film nicht gekommen ist. Dann haben sie gemeint, ja, der Lieferant hat irgendein Problem. Ja, deswegen. Ja, aber jetzt haben wir ein bisschen das Thema abgelenkt hier. Ja, weil ich hier ja grundsätzlich alle habe, so alle LS, bloß noch die Weiterentwicklung, was es dazu gibt. Also jede Gold-Edition, jede Edel-Edition hat es geheißen, Offding-Edition, alles, was es eigentlich grundsätzlich gibt. Auch die Titanium-Edition für das 13er habe ich auch schon gehabt. Also alles grundsätzlich, alles drum und dran. Ja, habe ich die Art von Edition, ja, so habe ich. Ich habe noch ein paar andere Simulatoren, die könnte ich euch auch hier nochmal noch. Wenn ich mir dann auch mal noch eine kleine Vorstellung machen. Gott sei Dank, vor Jahren ist es auf noch. Aber ich habe heute noch keinen Schucki getrunken. Ja, werde ich euch auch noch alle zeigen, unser Plus noch, meine Simulation, so alle LS, alle meine andere Simulationen, die ich gekauft habe. Aber ich muss jetzt, oh nein. Ich muss aber zuerst warten, bis mein Computer gut ist. Ich hoffe jetzt ein Bad, dass ich jetzt einen Computer kann machen, sonst der ist oben drauf. Es hört mich recht nerven, wenn ich nicht das könnte. Meine Videos machen. Dass ich mir eher nicht mehr entspart sehe. Also an Computeregeln vermisse ich das. So alle Simulationen zu spielen, macht eigentlich schon recht nice. Also ich wollte mir noch einen besseren Computer kaufen, auch noch. Mit besseren Grafikauflösungen und so, ja. Ich wollte mir schon einen zusammenbauen, aber irgendwie habe ich es noch nicht hingekriegt. Ja. Ich habe auch, ja, ich habe fast das ganze Video noch mal mit dir irgendwie. Mit Felspritten, äh, handlockt. Hier. So. So. Du kannst Gruppen versorgen und die Felsspritzer holen und das Teil kaufen. Und du kannst kurz was zeigen. So. So. So ist das Video nur Spritzen. Das Felsspritzen. So. Die andere Felspritte mache ich danach noch. Die Felsspritzen und so. Ah, ja, das Drehlicht, ja, ja, und meine Videos beschriften ich eigentlich nicht so schnell, also ich mache jetzt nur hier diese Let's Places und so und so was, aber nicht jene noch mit das und das und das und das, das und das hier. Ja, ein bisschen langweilig, wenn ich rede, ja, dann mache ich hier einfach immer so, das ist einfach so lang. Und ich mache auf den einen Tag schon mehrere Let's Places, also ich mache jetzt meistens hier so, vielleicht drei, vier meistens, ups, ouch, ich sage meistens schon noch ein paar Let's Places, weil ich, ja, meistens eine kleine Massenproduktion brauche. Also man kann hier nicht irgendwie ständig hier das das und das machen hier. Ah, ja, unser Vermieter fettet jetzt hier den ganzen Spaß hier. Ja, jetzt gehen wir mal noch kurz. Ja, das Ding auch, wir haben jetzt schon viele Traktoren gehabt. Also die meisten, die vielleicht meine Let's Places miterfolgen, wissen, dass es scheinbar ein paar Traktoren ist hier, den, nein, ich glaube, dem, was ist das gewesen? Ja, den Deutz hier, den Steyr habe ich schon gehabt, den, ja, nein, den Case habe ich schon gehabt hier. Also den Deutschen, den Steyr, ja, den Multi, 41, 15, habe ich schon recht lange schon gehabt. Dann habe ich den Case hier schon gehabt. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht, ja, der hat auch eine Fonschorafel. Den würde ich dann vielleicht auch noch holen. Da sagen wir, den habe ich nicht gehabt, den habe ich auch noch gehabt, den habe ich gehabt und den hier habe ich jetzt. Einmal habe ich diesen Deutz gehabt für kurz Holzschnitzel, die meistens mal ein bisschen was mitgekriegt haben. Ja, das ist auch die meisten, die das Zeug wirklich mitverfolgt haben, wissen es. Jetzt würden wir noch ein bisschen sehen hier. Wir können jetzt das Zeug ein bisschen schön überziehen. Ja, das ist doch nice, das ist doch schön. Wenn wir gerade über das gespritzte Fehlkommen fahren. Ich weiß, normalerweise kann man es vor oder nachher machen. Also die meisten machen das ja vor, also nachher. Eigentlich könnte ich mal hier, nein, nein. Nein, nein, nein. Das müsste ich sonst hier auch nicht machen. Ja, könnte ich auch mal. Machen wir mal eine Art, eine neue Idee. Mal anstatt immer so, rauf, runter, mal so. Wenn ich jetzt hier fahre. Anstatt immer so, so rauf, runter. Machen wir jetzt mal so. Das wäre auch nachher eine gute Idee. Ja, wären wir schon richtig und wären wir richtig lustig. Oh, das war knapp. Ist schon der Meter, ist schon weiter vorne und das hätte gekracht. Also, gut Leute. Habt mich gefreut. Bis dann und schaut auf meinen Kanal vorbei. Und tschüss.